Als ich klein war, wollte ich immer erwachsen werden. So schnell ich konnte. Und jetzt? Weiß ich nicht mehr, was das soll. Ich weiß nicht mehr. Die Zukunft, wie ich sie sehe, ist ein Warteraum. Eine Halle mit einer großen Bank oder einem Bahnhof. Und draußen gehen permanent Leute vorbei, ohne mich zu sehen. Und sie sind in Eile und nehmen den Zug oder ein Taxi, haben einen Ort, wo sie hingehen müssen, um jemanden zu treffen und ich... Ich bin hier. Ich warte. Ich warte. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Untertitelung des ZDF, 2020